Heute eine kleine Einführung oder zumindest ein Einführungsversuch in das, was man kritische Theorie nennt, ist ja immer wieder Thema hier in der Heimbad- bzw. dann im Sommer Freibad-Universität auch schon gewesen. Vor fünf Jahren etwa unter der Überschrift 70 Jahre kritische Theorie, was ein bisschen gemogelt ist, sich bezog auf den Text Traditionelle und kritische Theorie von Max Horkheimer, der 1937 erschien. Dieser Textaufsatz-Essay gilt gemeinhin als der Beitrag, mit dem der Begriff der kritischen Theorie geprägt wurde. Gemogelt aber trotzdem dahingehend, dass das Konzept der sogenannten kritischen Theorie sich selbstverständlich nicht beschränkt auf einzelne programmatische Aufsätze, auf Namen wie etwa eben Max Horkheimer und sich auch nicht in der Form eingrenzen lässt, als dass man eben sagen könne, ab 1937 geht es mit der kritischen Theorie dann los. Nichtsdestotrotz, wir können dieses Datum aufgreifen. 2012 wäre also dann 75 Jahre, zumindest wenn nicht 75 Jahre kritische Theorie, doch 75 Jahre nach der Veröffentlichung dieses Beitrags von Max Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie, ein Beitrag, dem dann im Übrigen noch ein weiterer gefolgt ist, im selben Jahr beide erschienen in der Zeitschrift für Sozialforschung, dem Organ des Instituts für Sozialforschung, selbstverständlich und sofort einsehbar, obwohl zunächst in Frankfurt gegründet, dann schon längst emigriert in die Vereinigten Staaten. Eine der ersten Amtshandlungen der dann durch Wahl an die Regierungsgewalt gekommenen Nazis, NSDAP, war 1933 die Schließung des Instituts für Sozialforschung und dann in einem Umweg über Genf gelangt es nach New York, wo es bis Kriegsende, nach dem Kriegsende bleibt und sich dann in den 50er Jahren wieder in Frankfurt rekonstituiert, dann auch wieder mit der Direktorschaft Max Horkheimer beziehungsweise später dann im Doppelpaket Max Horkheimer und sein Kollege und engster Freund Theodor W. Adorno. Ein zweiter Beitrag also in dem selben Jahr 1937 in der Zeitschrift für Sozialforschung. Das ist ein Text, der zwei Teile hat. Für den einen Teil ist wieder Max Horkheimer verantwortlich, für den anderen Teil ist es dann Herbert Marcuse. Der Titel ist Philosophie und kritische Theorie und dieses Verhältnis soll uns auch ein bisschen beschäftigen, weil doch gemein ist, so scheint, als sei die kritische Theorie so eine Art Fachrichtung oder Ausrichtung Schule vielleicht sogar. Es hat sich ja diese Phrase von der Frankfurter Schule dann auch schnell in den späten 50er, 60er Jahren durchgesetzt innerhalb der Philosophie und eigentlich benennt aber fast noch mehr meines Erachtens als diese Formulierung, Gegenüberstellung kritische Theorie und traditionelle Theorie, Philosophie und kritische Theorie das Problem im Kern. Nämlich muss man sehr klar sehen, inwiefern die kritische Theorie eigentlich noch Philosophie ist beziehungsweise Philosophie sein kann, inwiefern überhaupt noch heutzutage Philosophie betrieben werden kann, was eigentlich die Funktion der Philosophie ist, mit welchen Absichten man Philosophie betreibt, was es eigentlich soll, bestimmte Themen als philosophische zu klassifizieren. Das im Verhältnis zur kritischen Theorie und dann eben auch herauszuarbeiten, warum die kritische Theorie aus sehr dezidierten Gründen keine Philosophie mehr ist, obwohl sie selbstverständlich anschließt an die Philosophie. Darum sollte es jetzt in der Sendung ein wenig gehen. Die Ausgangslage ist also die, man kann das durchaus auch einkreisen, wenn man sich ein wenig die Weltsituation der 30er Jahre ansieht, also wie kommt jemand, Max Horkheimer, natürlich ausgebildeter Philosoph, wie kommt jemand darauf, dasselbe gilt dann auch für Marcuse und den bereits erwähnten Theodor W. Adorno, wie kommen also diese Leute darauf, jetzt in gerade den Bedingungen des Exils so etwas zu formulieren wie eine kritische Theorie und auf wen oder was beziehen sie sich da eigentlich? Die Situation kann man im Großen und Ganzen so darstellen und das bezeichnet gleichzeitig auch die fulminante Aktualität, die die kritische Theorie nach wie vor hat, also auch in diesem Jahr beziehungsweise Jahrhundert, wenn nicht Jahrtausend haben wird, solange die Verhältnisse so sind, wie sie sind. Die Situation, mit der man es zu tun hat, ist eine sogenannte moderne, eine sich selbst bürgerliche Gesellschaft nennende soziale Struktur, die von sich ja sehr hohe Ziele gesetzt hat, von sich aus behauptet, diese Ziele auch realisiert zu haben, als da sind, nur um da die gängigsten Formulierungen zu erwähnen, die allgemein Menschenrechte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit als Parole, späterhin erst angedichtet, aber als Parole der französischen Revolution von 1789. Also eine Gesellschaft, die für sich behauptet, etwas realisiert zu haben, was es bisher in der Geschichte noch nicht gab, nämlich den Menschen als ein Subjekt, als ein sich selbstbestimmendes Wesen, sich in Freiheit entfaltendes, bildendes, sich aus sich selbst heraus entwickelndes Wesen. Und genau diese Vorstellung hat aufs Ängste zu tun mit einer Figur, die als Grundfigur eingeht in die kritische Theorie. Nämlich man muss natürlich zum einen sagen, das Ganze bleibt Vorstellung. Es genügt die eigene Erfahrung, um schnell sicher zu haben, dass diese Idee der bürgerlichen Gesellschaft Idee geblieben ist und sich nicht realisierte. Nichtsdestotrotz diese Vorstellung von eben einem freien Subjekt, einem autonomen Individuum, also das Wort Individuum, ist das nicht Teilbare, man kennt es aus dem Lateinischen auch vom Wort Dividieren, also das Individuum, das nicht weiter Teilbare, diese kleinste Einheit, die also autonom sein soll, sich selbst bestimmt, sich selbst ein Nomos gibt, ein Gesetz gibt, einen Namen gibt. Diese Idee rangiert um die Figur der Herrschaft. Das ist die zentrale Figur, auch in der kritischen Theorie, eine Herrschaft, die immer schon ein soziales Verhältnis ist und gleichzeitig eine Doppelfigur darstellt, als dass es eben auch um Selbstbeherrschung geht. Also genau das eigentlich als der, um ein weiteres sehr wichtiges Wort zu nennen, zentralste Widerspruch in der geschichtlichen Ausgestaltung dessen, was wir bürgerliche Gesellschaft nennen, nämlich, dass genau die vermeintliche Freiheit, die uns vermeintlich Autonomie gestattet, die vermeintlich sicherstellt, dass wir Individuen sind, genau diese Freiheit ist zugleich gebunden und eingerahmt durch Formen von Herrschaft und Selbstbeschränkung beziehungsweise überhaupt Beschränkung. Die verschiedensten Stationen, die geführt haben zu dieser Vorstellung von Subjektivität, sind vielleicht jetzt nicht mehr so ganz geläufig, gleichwohl ja auch nicht unbekannt. Das wichtigste Wort, was da auch über die Philosophie hinaus geprägt wurde, ist selbstredend das von der Aufklärung. Ein Wort, was ja gerade im Deutschen nicht unbekannt ist, durch den Text von Immanuel Kant, eine Preisschrift, also es gab von der Berliner Monatsschrift ein Ausschreiben, man konnte sich da mit einem Aufsatz beteiligen und das haben verschiedene Denker gemacht, Moses Mendelssohn etwa und eben auch Immanuel Kant, 1784 erscheint, dann dieser Text zur Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Alles vielleicht nicht unbekannte Sätze, wenn ich sie jetzt zitiere. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Also vielleicht kann man schon aus alleine diesem Satz entfalten, wie die Problematik sich dann auch als realgeschichtliche, als gesellschaftliche Problematik gestaltet, nämlich, und es folgen ja dann die Anweisungen von Kant, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, sabere Aude und so weiter, nämlich, wenn es eine selbstverschuldete Unmündigkeit ist, wobei ja diese These erstmal gar nicht beschreitet, dass es auch Formen der Unmündigkeit gibt, die von außen an die Menschen, an die Subjekte herangetragen werden, wenn es eine selbstverschuldete Unmündigkeit ist, wie funktioniert denn dieser Ausgang aus der Unmündigkeit, wie funktioniert denn letztendlich der Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, beziehungsweise wie funktioniert eigentlich der Verstand selber? Und es verwundert nicht, dass im Zentrum der kantischen Philosophie die Erkenntniskritik steht, die Erkenntnistheorie steht, aber eben als Erkenntniskritik, nämlich eine philosophische Beschäftigung mit der Frage, wie sozusagen das Philosophieren überhaupt möglich ist, also wie man Kraft des menschlichen Vermögens, philosophische Gedanken zu haben, überhaupt auf entsprechende Erkenntnisse kommt, die mehr sind als nur so eine intuitive Gewissheit, irgendwie in der Welt zu sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt sofort klar wird, aber das ist wirklich ein sehr großes Problem, was sich dann in der sogenannten Aufklärungsperiode bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts, also wir sind ja jetzt mit Kant im 18. Jahrhundert, bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts fortspinnt, nämlich von welcher Position aus sich letztendlich überhaupt so etwas begründen lässt, wie Erkenntnis, wie Wahrheit, wie der richtige Gedanke, wie das Denken. Natürlich immer rückgekoppelt, und das zeigt sich dann auch im Verlauf der Philosophieentwicklung immer stärker rückgekoppelt an die Figur, die auch schon bekannt war in der Philosophie und aufgenommen wird von eigentlich allen großen philosophischen Theoriegebäuden, die von Descartes kommt. Auch das etwas, was man sicherlich schon mal gehört hat, nämlich diese berühmte Formulierung cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Also diese Selbstvergewisserung der Existenz über das Denken, die ist sehr entscheidend, wird aufgenommen in der Aufklärungsphilosophie. Und man muss das immer klar haben, nach gerade als politisches Programm, also hier geht es nicht einfach nur um so eine Feierabendbeschäftigung einiger Bürger, die zu Hause sitzen und nichts Besseres zu tun haben, als etwa nach dem Sinn des Seins zu fragen, sondern das sind fulminante Probleme, die sich stellen, wenn man eben postuliert, dass gerade die Keimzelle der Idee der Bürgerlichkeit der einzelne Mensch sein soll und das, was den Menschen kennzeichnet, sich quasi in der Bürgerlichkeit selbst definieren soll. Ich hatte es ja schon erwähnt, und es ist ja auch klar, etwa über Menschenrechte und dergleichen, also über diesen Autonomiegedanken, dann ist selbstverständlich wichtig, irgendwie diese Verbindung, also gewissermaßen den Menschen aus sich selbst heraus zu begründen, wenn man das nicht gerade runterbrechen will auf kruden Biologismus oder Anthropologie, dann ist es irgendwie wichtig, die Begründung, den Menschen aus sich selbst heraus zu definieren, auch quasi mit Mitteln dessen, was diesen Menschen dann definiert, klar zu bekommen. Also es ist eine in sich verstrickte Sache, die, wie sich dann ja auch zeigt, in der Entwicklung der Philosophie eigentlich nur zu lösen ist, wenn man diese Widersprüche, die das mit sich bringt, in das Denken selber mit aufnimmt. Und bei Kant ist es eben noch nicht so weit, wie dann später in der Philosophie von Fichte, von Schelling und vor allen Dingen dann von Hegel, der Anfang des 19. Jahrhunderts, seine erste große, umfangreiche, seine Wissenschaft der Logik vorwegnehmende Arbeit veröffentlicht, die Phänomenologie des Geistes. Da geht es auch schon eben um das, was ja ganz zentral ist für diese Figur. Ich denke, also bin ich, aber wie kann ich denn dieses Denken gewissermaßen identisch setzen, dieses Ich, was denkt, identisch setzen mit dem Ich, was auch existiert. Da wird es aufgenommen über dieses Motiv des Selbstbewusstseins. Also es ist die ganze Geschichte bei Hegel ein Stufengang des Selbstbewusstseins, in gewisser Weise ein in sich verschachteltes System. Die Welt wird sich ihrer selbst bewusst, sie geht auf im absoluten Wissen und mit der Entwicklung, mit der geschichtlichen Logik, die dem zugrunde liegt, mit diesem Telos, wie das bei Hegel dann genannt wird, Telos-Ziel, Teleologie, ist ein ganz zentraler Gedanke seiner sogenannten Geschichtsphilosophie. Mit diesem Telos also entfaltet sich schließlich auch der Mensch als Subjekt zum absoluten Selbstbewusstsein, was er über sich hat. Und dieses Selbstbewusstsein ist letztendlich ein konkretes Wissen, was Menschen über sich haben und dieses konkrete Wissen kann nur eins sein, was gleichzeitig impliziert, auch alles andere zu wissen. Also eine Vorstellung, die sich durchaus deckt mit dem, was etwa vorher in Frankreich die sogenannten Enzyklopedisten auch schon in Augenschein genommen haben, als Projekt vor sich hatten. Und wir kennen das als Entwicklung ja immer noch aus der Idee des Bildungswissens, der Allgemeinbildung. Mit Wikipedia ist es jetzt nicht mehr ganz so aktuell, aber was früher das Lexikon darstellte, was früher eben die Enzyklopädie war, war ja nicht einfach nur ein Sammelsorium von verschiedenen Dingen, die man so weiß, sondern eben tatsächlich die Vorstellung, dass das alles ist, was man überhaupt wissen kann und was eben auch notwendig ist zu wissen, um dann in seiner Vielfalt und Abgeschlossenheit gleichzeitig rückgekoppelt zu definieren, was überhaupt das Wissen ist. Und diese Idee der Enzyklopädie spielt also auch bei Hegel eine große Rolle. Also ein sehr auf der einen Seite einfacher Einstieg, nämlich die Frage, man kann sie wirklich runterbrechen auf die ohnehin sehr philosophisch anmutende Formulierung, die Frage, wer bin ich, aber eben nicht so unsinnig und einfach nur, ja man muss eigentlich sagen, antiphilosophisch und auch antitheoretisch beantwortet, wie das dann derzeit in den Bestsellerlisten zu finden ist, wenn ja, wie viele, sondern wer bin ich unter sehr konkreten gesellschaftlichen Voraussetzungen, nämlich unter den Voraussetzungen, wer bin ich, dass ich auch in der Lage bin, mich in diesem Wissen selber als ich zu bestimmen. Und da merkt man schon, wie diese einfache Frage sehr schnell, sehr komplex wird. Vielleicht dazu zwei Anmerkungen. Die eine betrifft einen Satz, darüber hatten wir auch schon gesprochen gehabt, von Ernst Bloch, den man jetzt im engeren Sinne nicht zur kritischen Theorie rechnen würde, ich aber schon, zumal auch mit diesem Satz, den ich jetzt zitiere, nämlich ich bin, aber ich habe mich nicht, darum werden wir erst. Wo genau dieses soziale Moment, von dem ich gesprochen habe, impliziert es nicht. Also wer bin ich, ist alleine schon als Frage gestellt, wenn die sich eben nicht unmittelbar beantwortet, und das tut sie eben meinetwegen nicht, ist schon als Frage darauf gerichtet, dass irgendwas fehlt, dass eben genau dieses Ich gar nicht so unmittelbar zur Verfügung steht, zu greifen ist, eben zu haben ist, wie es zunächst den Anschein hat. Also es ist eben nicht der Ausgangspunkt. Das ist ganz entscheidend. Es ist nicht so, dass diese Frage, wer bin ich, aufgeworfen wird, und dann muss man nur tief genug graben und findet irgend so ein verborgenes Wesen oder irgendwelche Gene oder neuronale Verbindungen, auf denen dann so einprogrammiert ist, wer man so ist, sondern bereits diese Frage zu stellen, setzt schon in Gang ein Prozess, der überhaupt erst eine mögliche Antwort, wer ich bin, hervorbringt. Und das ist entscheidend eben dann auch für den Fortgang dieses Bloch'schen Satzes, den ich da eben zitiert habe. Ich bin, aber ich habe mich nicht, darum werden wir erst. Also auch klar, dass eben, wenn man den sozialen Aspekt mit hinein nimmt, dieses Wer bin ich, gar nicht so beantwortet werden kann, als sei man also Robinson auf der einsamen Insel, sondern eigentlich nur so beantwortet werden kann, dass man dieses Ich immer schon als soziales, gesellschaftlich konstituiertes begreift und auch diese Bestimmung des gesellschaftlichen Ich begreift als letztendlich einen gesellschaftlichen Akt, als Akt eines Wir. Also auch dieses Wir ist nicht etwas, was man so ohne weiteres einfach nehmen kann oder auf das man sich berufen kann. Was ja übrigens auch seine Aktualität hat, wenn man jetzt an diese Occupy-Bewegung nennt, die sich auf die Fahne geschrieben hat, stellvertretend für 99 Prozent der Weltbevölkerung sprechen zu dürfen und man hat es immer wieder in solchen Bewegungen ja, dass da auf einmal von einem Wir die Rede ist und Wir mit Ich verwechselt wird, dabei aber immer vorausgesetzt wird oder ein Vorurteil darüber besteht, diese repräsentative Anrufung an ein Wir leisten zu dürfen. Auch ja sehr bemerkenswert ist so in den linken Debatten der letzten, sagen wir ruhig mal 10, 15, wenn nicht 20 Jahre, diese sogenannte Repräsentationspolitik, für andere zu sprechen, Glauben für andere sprechen zu können, aufs Schärfste und auch zu Recht kritisiert wurde in unterschiedlichsten Bereichen, das ging ja denn bis hin zu dieser Frage, die von Spivak aufgeworfen wurde, ob die Subalternen sprechen können und so weiter und gerade aber diejenigen, die, wenn sie denn überhaupt noch Theorie betreiben, sich an solche Figuren der Repräsentationskritik, Klammern, sind nun in den letzten Jahren sehr häufig hervorgetreten in den sozialen Bewegungen, in den politischen Auseinandersetzungen mit der Behauptung, sie seien eben genau dieses Wir und sie könnten im Namen eines Wir sprechen, obwohl es sich dann recht schnell herausstellte, dass es nur einzelne waren, oft auch nicht mit sonderlich originellen Thesen. Nochmal zurück, weil es ja ein großer Bogen, der schnell geschlagen wurde von mir, wir haben es im Kern zunächst zu tun mit einem Problem, die sehr einfache Frage, wer bin ich, stellt sich sofort als komplexe Frage heraus, insofern, die nicht einfach beantwortet werden kann, in der Weise, dass man halt irgendwo einfach mal nachschlägt und sozusagen im Telefonbuch der Weltgeschichte und dann weiß man, wenn man ist, so in dass das also eine Frage ist, die selber überhaupt in der Formulierung die Begriffe möglicher Antwort erst hervorbringt. Ich hatte das zunächst mit Bloch jetzt kurz versucht zu skizzieren und das zweite Beispiel, was ich da geben will, ist noch einmal erkannt selber, über den ich jetzt ja einiges gesagt habe. Es gibt diese vier Grundfragen, die übrigens und auch das kommt nicht von ungefähr, denn viele Jahre später noch einmal, ich meine, das ist jetzt richtig, der Tier mit 1969 Rudi Dutschke wieder aufgreift, nämlich die vier Grundfragen und die Verben sind jeweils sehr wichtig, die da reinkommen. Was kann ich wissen? Also Wissen und Können gehört zusammen. Was darf ich hoffen? Was soll ich tun? Das sind zunächst drei Fragen, die Kant formuliert, jeweils unterschiedliche Bereiche der Philosophie, Antworten darauf, die Erkenntnis Theorie, die Religions Philosophie und die Moral Philosophie und schließlich dann die vierte Frage, was ist der Mensch? und bei Kant ist es dann die Anthropologie, die darauf Antwort zu geben hat, wobei man jetzt sehr klar auseinandernehmen müsste, was zu dem Zeitpunkt, also noch im 18. Jahrhundert überhaupt Anthropologie geheißen hat, das ist eben nicht zu verwechseln mit dem, was sich dann im Verlauf des 20. Jahrhunderts bis heute so an Anthropologie herausgebildet hat, beziehungsweise erst recht nicht mit dem zu verwechseln, wie im 20. Jahrhundert und auch heute noch diese Frage, was ist der Mensch, runtergebrochen wird auf entweder pseudophilosophische Überlegung von etwa der Prägung der heideggerschen Fundamental- Anthologie, wo das dann um das in die Welt geworfene Seins des Daseins geht und dergleichen oder eben etwas aber gar nicht so weit davon entfernt ist, diesem kruden Biologismus, wie er neuerdings vor allen Dingen von den sogenannten Neurowissenschaften übernommen wird, wo also alles, was eigentlich in die Waagschale geworfen wurde von der emanzipatorischen bürgerlichen Philosophie, nämlich vor allen Dingen der Begriff der Freiheit, die Möglichkeit, dass der Mensch sich gerade dadurch vom Tier unterscheidet und er ist eben kein Tier, dass er überhaupt diese Unterscheidung in Freiheit treffen kann, dass das also zunichte gemacht wird und runtergebrochen wird auf irgendwelche Determinationen. Übrigens eine Fußnote sei mir dargestattet, weil es auch ein wenig aberwitzig anmutet, dass gerade eben in den letzten Jahren diese Theorien, ob der freie Wille jetzt überhaupt existieren könnte oder nicht, sehr im populärphilosophischen Milieu sich breitgemacht haben, gleichwohl aber bis in die, weit in die 90er Jahre hinein, also auch noch nach 89 nach dem Niedergang des Realsozialismus der Marxismus immer dafür kritisiert wurde, natürlich immer ein unverstandener Marxismus, dass da also Marx einen ökonomischen Determinismus gepredigt hätte und den Menschen darauf festgelegt hätte, dass er eben so ein Arbeitstier sei und ohnehin nur abhängig sei von einzig und allein ökonomischen Determinanten und so weiter. Also genau diejenigen, die sich darüber aufgeregt haben und das mit immer noch tun, sind jetzt diejenigen, die ohne weiteres glauben, den Menschen erkannt zu haben, wenn sie irgendwelche Hirnströme messen und darüber festgestellt haben wollen, dass also der freie Wille gar nicht so frei ist, wie das etwa in den Schriften seit Spinoza bis erkannt und auch noch Hegel und Schopenhauer bis Nietzsche zu finden ist. Also es ist vielleicht kleiner Anlass diese Fußnote dafür nochmal zu problematisieren und was es hier nämlich gehen soll. Ausgangspunkt war ja jetzt dieser zweite Text, der erschienen ist 1937, Philosophie und kritische Theorie. Zwei Teile, einer von Max Horkheimer, einer von Herbert Marcuse geschrieben. In welchem Verhältnis steht jetzt die kritische Theorie zur Philosophie? Nochmal zurück zu der einfachen Frage, die sich, sobald sie als Frage gestellt wird, als sehr komplizierte Frage erweist. Wer bin ich? Deshalb auch eine komplizierte Frage. Ich hatte es ja eben gesagt, es gibt bei Kant diese drei Grundfragen, die dann auf die vierte Grundfrage hinauslaufen. Was darf ich hoffen? Was soll ich tun? Was kann ich wissen? Und was ist der Mensch? die Frage, was ist der Mensch? Wenn Kant da sagt, das beantwortet die Anthropologie, dann bewegt er sich ja im Rahmen der Philosophie. Und es zeigt sich aber alsbald, wo nämlich zum Beispiel Hegel bereits wenige Jahrzehnte später diese Trennung der Philosophie in Einzelbereiche, wo es dann zum Beispiel die Moralphilosophie gibt, die Anthropologie gibt, die Religionsphilosophie und so weiter gar nicht mehr vornehmen kann, es zeigt sich ja alsbald, insgesamt angesichts der tatsächlichen, ganz realen, weltgeschichtlichen Beantwortung der Frage, was der Mensch ist im 19. Jahrhundert, nämlich mit der Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft, es zeigt sich alsbald, dass die Philosophie unter Umständen das gar nicht mehr fassen kann, was der Mensch ist und eben auch nicht einfach durch Anthropologie oder Moralphilosophie oder Religion oder was auch immer abdeckeln kann, in der Beantwortung der Frage, was der Mensch ist. Also da spielt rein, was schließlich Marx auch formuliert in diesem ohnehin sehr brauchbaren Text und auch als Einführung in kritische Theorie unbedingt zu lesenden Text, Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie Einleitung, ist ganz wichtig, dieser Zusatz, wo Marx eigentlich aufgreift, was ohnehin der gesamten materialistischen Theorie von ihm vorangestellt ist, dass die Praxis das Kriterium der Wahrheit ist, beziehungsweise sich das, was der Mensch ist, letztendlich in der Praxis zeigen muss. Da steckt bereits eine Wendung drin, die ja eben auch ihre Formulierung gefunden hat, etwa in dem Satz Marx hat Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt, da steckt eine Wendung drin, die nun sehr entscheidend ist. Nämlich in diesem Text, Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie Einleitung, finden sich eine ganze Reihe von sehr berühmt gewordenen Formulierungen der Marx'schen Theorie. Eine davon ist die, wo Marx definiert, was radikal ist. Und da ist er also ganz dicht an der Wortbedeutung dran und sagt, radikal heißt an die Wurzel gehen, davon rad ist. Die Wurzel für den Menschen, sagt Marx, ist der Mensch selber. Deswegen hat Theorie, und das ist bei ihm eigentlich gleichgesetzt mit Kritik, wie überhaupt in der kritischen Theorie immer eine Identität zwischen Theorie und Kritik besteht. Deshalb hat die Kritik ad hominem zu demonstrieren, also sie muss sich am Menschen selber ausweisen. Das ist ein sehr zentraler Gedanke, weil dadurch eigentlich diese Frage, die wir jetzt entwickelt haben, nämlich was ist der Mensch, wer bin ich, diese Frage verschoben wird schon von der Philosophie in die Bereiche menschlicher Praxis. Also das heißt, die lässt sich jetzt gar nicht mehr beantworten allein aus einem abgeschlossenen philosophischen Begriffsapparat, sondern die muss in der Beantwortung sich selber quasi prüfen lassen in der je konkreten menschlichen Praxis in der Gesellschaft innerhalb der sozialen Verhältnisse. Anders gesagt, wenn ich postuliere, dass der Mensch sich darin vom Tier unterscheidet, dass er vernunftbegabt ist und diese Vernunftbegabung ihm bestimmte Erkenntnismöglichkeiten zusichert, eben nochmal dieses Aufklärungspostulat, Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und so weiter. Da ist alles weiter gesponnen ins politische rein, dass es hier eben also um Menschenrechte geht, die quasi ja von Menschen auch gesetzt sind und menschlich realisiert werden sollen. Also wenn ich all das postuliere, dann kommt ja interessanterweise und im Übrigen auch problematischerweise innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft eben das dabei heraus, dass die bürgerliche Gesellschaft in ihrer Realisierung keine bürgerliche Gesellschaft des Humanismus ist, also keine humanistische Gesellschaft, sondern ihren Humanismus, den sie postuliert, auch durchaus im emanzipatorischen Sinne, ihren Humanismus nur fassen kann über den Begriff der Bürgerlichkeit. Also letztendlich quasi die Frage in gesellschaftlich- politischer Hinsicht, was der Mensch ist, nur beantwortet mit dem Hinweis auf die Realisierung des bürgerlichen Selbst. Der Mensch ist der Bürger. Genau das sagt Marx in seinen Frühschriften, das ist jetzt in einem anderen Text zur selben Zeit, also auch um die 1844er Jahre, um 1845, nämlich das letztendlich zur Realisierung genau dessen, was die bürgerliche Gesellschaft postuliert an Humanismus, an Menschlichkeit, der Mensch den Staatsbürger in sich zurücknehmen muss, beziehungsweise eigentlich genau diese Institution, die ihnen auf dem Weg zum Menschsein gegeben sind, wie etwa der Staat, die bürgerliche Gesellschaft selbst überwinden muss, gleichwohl die natürlich erstmal im Rahmen der geschichtlichen Entwicklung Fortschritt darstellen zu den Verhältnissen, die vorher da waren. Aber einmal mehr, auch hier bricht diese Figur rein, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe, nämlich eine sehr prekäre Dialektik von Freiheit und Herrschaft beziehungsweise Freiheit und Selbstbeherrschung. Man muss Ad hominem demonstrieren, radikal sein heißt an die Wurzel gehen, die Wurzel für den Menschen ist der Mensch selber, das heißt eben, die Wurzel für den Menschen ist, und das war für Marx ganz wichtiges Thema, beziehungsweise überhaupt für die Zeiten sehr wichtiges Thema, die Wurzel für den Menschen ist zum Beispiel nicht Gott, die Wurzel für den Menschen ist nicht die Religion, die Wurzel für den Menschen ist letztendlich eben auch nicht die bürgerliche Gesellschaft selbst, sondern es ist genau das, was eigentlich all diese Form von Vergesellschaftung, Gott, Kirche, Staat, Politik im Innersten zusammenhält und es sind eben Menschen, die aber in ihrem sozialen Verhältnis je untereinander nicht als Menschen agieren, sondern eben jeweils nur als gesellschaftlich formierte Subjekte, als Staatsbürger, als Kirchgänger, als Anhänger von was auch immer für Theorien und so weiter und so fort. Beziehungsweise stellt sich ja dann für Marx heraus, dass dem Ganzen ohnehin eine Struktur zugrunde liegt, die ganz unabhängig davon, wie die bürgerliche Gesellschaft sich selbst als bürgerliche Gesellschaft darstellt und wünscht, die also tatsächlich die Strukturen insgesamt definiert und das sind die Produktionsverhältnisse. Also in gewisser Weise zeigt sich da genau der Umschlag von idealistischer Philosophie zu materialistischer Philosophie beziehungsweise ja eigentlich auch schon Überwindung der Philosophie im Materialismus, nämlich dahingehend, dass in der idealistischen Philosophie diese Beantwortung wer bin ich, was ist der Mensch, sozusagen vertrauen konnte auf die Immanenz des philosophischen Gedankens selbst, also vertrauen konnte darauf, dass ein vernunftbegabtes Wesen, wie eben der Mensch es sein soll, ja nicht anders kann, als letztendlich sich selbst in seiner Vernunft Begabtheit auch als vernünftig zu erweisen. Also das heißt, im idealistischen Sinne reicht die Vernunft aus, der man selber mächtig ist im Denken, um damit auch die Welt als Vernünftige zu begreifen. Also das Ganze kulminiert in diesen berühmten Sätzen, die vielleicht ja auch nicht unbekannt sind, von Hegel, das Wirkliche ist Vernünftig und das Vernünftige ist Wirklich. Wenn sich jetzt aber zeigt, dass die Welt nicht zusammengehalten wird durch Ideelles, sondern durch materielle Bedingungen, Zusammenhänge, dann kann man sich den Menschen noch so vernunftbegabt und vernünftig vorstellen, wie man möchte. Die Welt ist es damit noch lange nicht und sie ist es eben auch nicht. Und von Marx gibt es diesen schönen Satz, die Vernunft hat immer geherrscht, nur nicht in vernünftiger Form. Genau das wäre ja aber eben zu klären, auch im Hinblick auf die Frage, was der Mensch ist. Also nämlich, wenn sich zeigt, dass letztendlich der philosophische Zugriff auf ein vernunftbegabtes Wesen namens Mensch zwar philosophisch zu haben ist, aber damit noch lange nicht eine materielle Praxis hat, noch lange nicht eine Wirklichkeit findet, wie muss dann diese Frage, was ist der Mensch beantwortet werden und auch hier, das sollte jetzt der Bogen gewesen sein, der eigentlich sehr große Schritt in dieser sehr kleinen Formulierung, aber eben doch sehr schönen Formulierung von Marx, dass der Mensch ad hominem demonstrieren muss und radikal sein muss, der Mensch, die Wurzel für den Menschen ist der Mensch selber. Dann zeigt sich für Marx eben, dass von den eben auch materiellen Bedingungen, die das jeweils konkret bestimmen, was der Mensch ist, nicht abstrahiert werden kann. In der Weise greift er ja eben, was meines Verachtens der Grundimperativ der kritischen Theorie ist, greift er eben diese Formulierung vom kategorischen Imperativ von Kant auf. Kant hat das in seiner Moralphilosophie formuliert, in verschiedenen Formulierungen liegt es vor. Die bekanntere ist vielleicht kategorischer Imperativ Handel steht so, dass die Maxime deines Handelns jederzeit zum Allgemeinen Gesetz werden könne und Marx redet von einem kategorischen Imperativ alle Verhältnisse umzustürzen, in denen der Mensch ein geknechtetes, ein erniedrigtes und so weiter Wesen ist. Also da geht es eben nicht darum zu sagen, alle Verhältnisse umzustürzen, in denen der Mensch noch nicht seine Vernunft gebraucht oder wie auch immer, sondern da geht es eben ganz klar darum, unabhängig von den sozusagen ideellen Voraussetzungen, die den Menschen gegeben sein mögen, um Mensch sein zu können, müssen wir erstmal materielle Verhältnisse schaffen, auf denen tatsächlich sich diese Autonomie des Menschen, diese Selbstbestimmung des Menschen auch realisieren lässt als Selbstbestimmung, aus der auch ein Mensch hervorgehen kann und nicht einfach nur ein besserer Staatsbürger oder umständen ein besserer Staat, der den Bürger in wie auch immer demokratische, liberalere Verhältnisse setzt. Alles klar, dass das Fortschritte sind gegenüber Verhältnissen, die das nicht bieten, aber eben nicht der Zielhorizont, auf den eine kritische Theorie abzielt, die eben es ernst nimmt mit dem Versprechen bürgerlicher Emanzipation, dass es Freiheit zu realisieren gibt und mit der Freiheit auch überhaupt ein Subjekt möglich wird, was in seiner Subjektivität sich autonom selber entfaltet. Genau diese Differenz, das jetzt sehr runtergebrochen nochmal die Beantwortung der Frage, was der Mensch ist, wenn schon nicht mehr im 19. Jahrhundert mit der Philosophie möglich war, erst recht im 20. Jahrhundert es vollständig nur noch zynisch ist, hier die Philosophie in Anschlag zu bringen, also angesichts von Nationalsozialismus und dem beginnenden Massenmord, dem bevorstehenden Zweiten Weltkrieg, auch schon in der Erfahrung des Ersten Weltkriegs ist, also hat natürlich die Frage, was der Mensch ist, nochmal eine ganz andere Brisanz. Man kann das weiter ausführen, wenn man eben in die Vereinigten Staaten blickt, die, obwohl als demokratische Gesellschaft zutiefst geprägt sind von Rassismus, der Ku-Klux-Clan gründet sich in diesen Jahren und so weiter, also es zeigt sich, dass das, was Marx knapp 100 Jahre vorher aus der idealistischen Philosophie, aus der Philosophie Hegels herausnimmt, also die Grundsteinlegung der kritischen Theorie, dass gewissermaßen die Versprechen der kritischen Philosophie übernommen werden, aber nur sich realisieren können in einer kritischen Theorie der Praxis. Es zeigt sich, dass das im 20. Jahrhundert eben noch einmal mehr durch die materiellen Bedingungen menschlicher Verhältnisse sich als notwendig darstellt, hier kritische Theorie weiterzutreiben und die Zeit ist jetzt sehr vorangeschritten, aber es soll vielleicht zum Abschluss genügen, das Motiv noch weiter zu treiben in eine weitere Formulierung, weil ich jetzt von diesen beiden kategorischen Imperativ-Varianten gesprochen habe, wie sie einmal von Kant und einmal dann von Marx überliefert sind, es zeigt sich eben angesichts der historischen Erfahrung, die überhaupt nicht rausgenommen werden kann, aus jedem philosophischen Gedanken und erst recht nicht aus dem kritischen und insofern eben auch nicht aus der kritischen Theorie. Es zeigt sich angesichts der historischen Erfahrung von Auschwitz, dass der kategorische Imperativ, wie Marx ihn formuliert, alle Verhältnisse umzustürzen, in der Mensch ein geknechtetes und entrechtetes, erniedrigtes, geächtetes Wesen ist, weiter zu fassen und zwar angesichts eigentlich einer nicht mehr überbietbaren Pervertierung der Möglichkeit des Menschen, also wenn man so will, eigentlich angesichts von Ereignissen, die selbst eben schon in aller Naivität die Frage, wer bin ich, zynisch ad absurdum führen, dass hier ein neuer kategorischer Imperativ hinzuzusetzen ist, wie ihn dann Adorno formuliert in seiner negativen Dialektik, dass ein kategorischer Imperativ im Übrigen, der jetzt nicht wie bei Kant sich aus moralphilosophischen Erwägungen ergibt und nicht wie bei Marx sich aus Überlegungen materialistischer Kritik ergibt, sondern der sich aus dem Terror der geschichtlichen Logik selbst ergibt, nämlich wie Adorno es formuliert, es ist Hitler, der den Menschen diesen neuen kategorischen Imperativ aufzwingt, dass Auschwitz nicht noch einmal sei und nichts ähnliches geschehe. Also das im sehr großen Bogen als Versuch in eine Grundkonzeption der kritischen Theorie einzuführen, nämlich die Grundkonzeption ins Zentrum, das philosophisch, in Klammern bürgerlich-humanistische Versprechen zu setzen, den Menschen als autonomes Individuum und damit eben als Menschen überhaupt zu befreien, zu emanzipieren. Diese Figur nimmt die kritische Theorie auf, aber eben im Bewusstsein, dass das philosophisch nicht mehr einzulösen ist und eigentlich auch unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen nicht einlösbar ist, sondern selber eine weltverändernde Praxis braucht, die kritische Theorie insofern als notwendigen Rahmen hat, als dass diese Praxis sicher aus dem bürgerlichen emanzipatorischen Versprechen ergibt, was der Mensch denn sein soll und sein könne.